Seine Musicals kennt man nicht nur in Hamburg. Job van den Ende holte Stücke wie Mama Mia oder Disneys Der König der Löwen nach Deutschland. Jetzt wurde van den Ende der Gustav Gründgenspreis 2015 verliehen. Ein Preis des Deutschen Schauspielhauses und der Hamburger Lions Clubs für seine Verdienste in der Hamburger Musical- und Theaterwelt. Job van den Ende ist in der Bühnenkunst, die er gewählt hat, in der traditionsreichen Kunst des Musicals sicherlich einer der unbestrittenen Meister seines Faches. Van den Endes Stage Entertainment bespielt zehn Theater deutschlandweit. Dank seiner Entwicklung eigener Musicalstoffe setzt der Niederländer seit Jahren entscheidende künstlerische Akzente. Sönke Wortmann schätzt den Preisträger seit der Zusammenarbeit für die Musical-Adaption seines Films Das Wunder von Bern. Ich weiß natürlich, dass Sprechtheater immer eine große Skepsis gegenüber dem Musical hatte und hat. Und ich würde mich freuen, wenn viele ihre Skepsis, wenn da die Neugier über die Skepsis siegen würde. Also es lohnt sich und zu verdanken haben wir es dem Preisträger, Job van den Ende. Seit 2003 bildete Job van den Ende Academy in Hamburg junge Talente zu Musical-Darstellern aus. Alexander Klafs ist einer der bekanntesten Absolventen. Gemeinsam mit anderen Schülern ehrte er Gründer Job van den Ende mit einem Musical-Medley aus vier Jahrzehnten. Er machte Hamburg mit Musicals wie Der König der Löwen, Mama Mia, Tarzan und vielen anderen zur Musical-Hauptstadt. Und die Zahlen sind tatsächlich imposant. Stage Entertainment begrüßt weltweit mehr als 10 Millionen Besucher, davon zwei Millionen allein in Hamburg. Der von Mercedes-Benz gestiftete Preis erinnert an Gustav Gründgens. Er schrieb als Schauspieler, Regisseur und Intendant Theatergeschichte in Hamburg. Job van den Ende entdeckte seine Bestimmung fürs Schauspiel als 13-Jähriger in einer Hamlet-Aufführung. Es begann für mich in einem Theater. Mein ganzes Leben und alle meine Träume begannen damals. Ich bin heute immer noch der 13-jährige Junge, der von seiner Zukunft träumt. Ich weiß, meine Zukunft ist kurz, ich bin 73. Aber ich werde bis zum Ende arbeiten, um Menschen zu unterhalten und um Schauspiel-Talente zu fördern. Seit über 40 Jahren produziert Job van den Ende erfolgreich Theaterstücke und Musicals. Ans Aufhören denkt er noch lange nicht. Im Gegenteil, so arbeitet er bereits an den nächsten Musicals für Hamburg und für Deutschland.